Glückscoach Björn Cattillato letztens spricht bei seiner Show in Duisburg auch über eigene Verletzungen. Ein Raunen geht durchs Publikum. Kann man Glück trainieren? Björn Cattillato antwortet eindeutig mit Ja. Schließlich nennt er sich selber Glückscoach. Er schreibt Bücher zum Glücklichsein und stellt seine Gedanken auf Tourneen und Instagram vor, wo ihm über 820 000 Nutzer folgen. Mit seinem aktuellen Programm Lebe. Liebe. Lache. Kam der Motivationstrainer am Samstagabend in die fast ausverkaufte Duisburger Mercator-Halle. Das erwartungsfrohe Gemommel im Foyer der Halle liegt ein paar Töne höher als bei anderen Veranstaltungen. Gekommen waren vor allem Frauen zwischen Ende 20 und Mitte 50. Der Anteil der Männer im Publikum dürfte bei etwa 10% liegen. Lässig gekleidet in hellgrauer Hose und dunklem T-Shirt steht Cattillato auf der Bühne. Der in Südwestfalen geborene Sohn indischer Einwanderer bewegt sich geschmeidig über die Bühne und lässt die Augen blitzen. Bien Cattillato, Kandidat bei Let's Dance an, Entertainer und Berater mit Leber. Liebe. Lache. Seine Beweglichkeit wird ihm in den nächsten Tagen vielleicht auch vor den Kameras von RTL und bei der Bewertung durch Juro Joachim Lambi helfen. Cattillato ist Kandidat der 17. Staffel von Let's Dance, die am Freitag, 23. Februar, auf RTL startet. Dominante Gesten oder Posen eines Heilsbringers sind nicht seine Sache. Was er dem Publikum für den Eintrittspreis ab 39,75 Euro bietet, ist eine Mischung aus Lebensberatung, Entertainment und einem Schuss Comedy, gepaart mit ein paar Häppchen vor allem östlicher Philosophie. Ich werde euch nichts Neues erzählen, räumt er gleich zu Beginn ein. Und in der Tat, alles, was er in den nächsten gut zwei Stunden erzählen wird, hat man schon irgendwo gehört. Es fallen Worte wie Liebe, Selbstliebe oder Achtsamkeit. Zu einer Reise im Leben des Bios lädt er ein, die letztlich ins Innere des einzelnen Menschen führt. Dass viele seiner Gedanken bestens bekannt sind, stört ihn nicht. Er möchte sein Publikum ein Stück auf dem Weg begleiten, der vom Kenner solcher Gedanken zum Könner führt, der mit dem Verändern seines Lebens beginnt. Verletzungen der vergangenen Monate, ein Wissen des Raunen geht durchs Publikum. Verändern könne man letztlich nur sich selbst und beeinflussen nur den Moment, ist sein Credo. Wenn die Vergangenheit anruft, geh nicht dran, fordert er sein Publikum an. Gedanken an Tod, Verluste oder Verletzungen spart er nicht aus und erzählt von eigenen Verletzungen. Konkret spricht er von seiner Kindheit und ganz allgemein von den letzten Monaten. Ob damit die öffentlichen Sticheleien des Gemediens Oliver Pocher und die Artikel der Bild-Zeitung gemeint waren, führt er nicht weiter aus. Zur Einordnung, Kertelator und Pochers noch Ehefrau Amira wehren sich mit anwaltlicher Unterstützung gegen die Sprenger-Presse. Diese habe in Artikeln wahrheitswidrig behauptet, zwischen dem Motivationskutsch und der österreichischen Moderatorin bestünde eine Liebesbeziehung, die auch der Grund für die Trennung von Amira und Oliver Pocher sei, erklärten ihre Anwälte in einer Pressemitteilung. Sie hatten Erfolg, sie erwirkten beim Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung. Diese Hintergründe kennen offenbar die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer in Duisburg. Als Kertelator über die letzten Monate spricht, geht ein wissendes Raunen durchs Publikum. Wer immer gemeint ist, der kodisch wünscht den Hass in den Seelenfrieden. Ein Ballon und negative Erfahrungen schweben hinauf. Bien Kertelator bezieht immer wieder Menschen aus dem Publikum ein. Er bittet eine junge Frau auf die Bühne, fragt, ob es einen Moment in ihrem Leben gibt, den es besser nie gegeben hätte. Sie bejaht und erfordert sie zu einem Spiel auf. Er hält einen Luftballon in der Hand und gibt der jungen Frau eine Schere. Sie soll an den Augenblick denken. Wenn sie sich vorstellen könne, diesen Augenblick loszulassen, solle sie das Band des Luftballons durchschneiden. Es wird still im Saal und nach etwa einer halben Minute durchschneidet sie das Band. Der Ballon oder die negative Erinnerung schwebt zur Hallendecke. Man kann diese Szene mit einigem Recht als naiv oder kitschig bezeichnen. Für die junge Frau war dieser Moment sicher beides nicht. Und Kertelator behauptet nicht, dass das Problem gelöst sei. Sie soll sich einfach nur immer wieder an diesen Moment auf der Bühne erinnern. Nach etwa zweieinhalb Stunden geht die Show unterstehenden Ovationen zu Ende. Zumindest für den Moment sind fast alle glücklich und voll positiver Energie. Let's Dance, Bien enthüllt, erschwerte Bedingungen für seine Profit-Dänzerin. Nach all den Schlagzeilen um Oliver Pocher und Amira Pocher haben die Fernsehzuschauer bei Let's Dance die Möglichkeit, Bien Katilato persönlich kennenzulernen. Das ist wirklich eine große Motivation, einfach mal ich zu sein, und nicht der Typ aus den Videos oder von der Bühne, sagt der 49-Jährige im offiziellen Let's Dance Podcast. Ich hoffe, dass die Menschen eine neue Seite von mitsehen werden. Ich will einfach ich sein, bodenständig und lustig. Punkt Katilato freut sich riesig auf die Show. Ein geiler Vibe, du tanzt, das ist ne geile Sendung, die hat Stil, du lernst was, betont er. Dennoch habe er seine Teilnahme Ende September des letzten Jahres erst mal abgesagt, auch, weil er Angst hatte, alle seine Showtermine verschieben zu müssen. Bien Katilato ist während letztens auf Tourpunkt Anfang des Jahres machte er allerdings einen Rückzieher vom Rückzieher. Letztendlich sei seine Teilnahme heute eine Herzensentscheidung. Jetzt ist der Plan, die Termine für seine Auftritte einzeln zu verlegen. Welche das genau betreffen wird, sei davon abhängig, wie lange er im Wettbewerb bleibt. Mein Ziel ist schon, möglichst weit zu kommen und bei 13 Shows dabei zu sein, stellt er fest, wir werden von Woche zu Woche schauen. Punkt während seiner Letztends Zeit wird Katilato trotzdem weiter mit seinem Programm lebe. Liebe, Lache, auf der Bühne stehen. Da er davon ausgehe, bei Letztends viel Spaß zu haben, ist er überzeugt, dass er den zusätzlichen Stress gar nicht großartig merken wird. Dennoch bedeutet sein Plan, während Letztends weiter zu touren, auch für seine Profitänzerin eine zusätzliche Überlastung. Zwar plant Katilato, vor allem in Köln und Hagen zu trainieren, allerdings wird es Tage geben, an denen sie ihm für den täglichen Unterricht hinterherreisen muss. Katilato spricht allerdings relativierend von Ausnahmen. Letztends, BN Katilato setzt auf seine Gene. Katilato hofft jetzt, dass ihm seine Bollywood-Jean auf dem RTL-Packet etwas helfen werden. Ich glaube, das Rhythmusgefühl ist da. Wenn ich diese Musik höre, dann passiert schon irgendwas in mir, sagt er. Tanzen bedeutet für ihn vor allem sich fallen zu lassen, sich einzulassen. Punkt doch wer könnte ihm das Tanzen beibringen? Ich habe keinen Wunsch, was meine Tanzpartnerin betrifft, so Katilato im Podcast. Seine Anforderungen seien lediglich Ehrgeiz, Motivation und Sympathie auf persönlicher Ebene. Im Podcast ist von Malika Zemif die Rede. Wir sind gespannt, ob die beiden wirklich ein Tanzpaar werden.